hi und herzlich willkommen mein name ist dennis matthias ihr habt es euch gewünscht und eurem wunsch möchte ich natürlich gerne folge leisten ein video mit meinen ersteindrücken zu spielen der spiel 21 also praktisch spiele die ich auf der spiel 21 probe gespielt habe ich mir die regeln habe erklären lassen wo ich eben halt beim spiel zugeschaut habe es sei noch einmal betont das können natürlich hier nur bauchgefühle sein wie gesagt das sind spiele wo ich dann nur mal angespielt habe oder mir eben halt auch nur die regeln habe erklären lassen und es ist natürlich möglich dass ich hier im spiel vielleicht unrecht tue oder meine meinung im nachhinein noch mal revidiere das sei also alles hier mit vorsicht zu genießen wie gesagt das sind nur meine ersten eindrücke zu manchen spielen werden wir dann auch in folge noch detailliertere rezensionen erstellen und und dann würde ich sagen legen wir los die spiele stelle ich dir in alphabetischer reihenfolge vor ein spiel was ich mir auf der spiel angeschaut habe ist seven guards das hatte ich ja auch schon als empfehlung vor der spiel auf meiner liste und bei seven guards geht es darum dass wir götter verkörpern und wir müssen die menschen dazu bringen an uns zu glauben dafür reisen wir mit einem schiff über das brett steuern verschiedene inseln an müssen dort gesänge an stimmen mit diesen gesängen versuchen wir dann eben halt die menschen auf unsere seite zu bringen dass sie praktisch unsere anhänger werden gehe ich auf eine insel und singe so würfel ich mit einem vierseitigen würfel und das ergebnis ist dann praktisch meine reputation auf der insel das erste mal rein glücksabhängig in der zahl von 1 bis 4 eben und ich habe die möglichkeit diese zahlen noch mit handkarten zu manipulieren habe ich ein paar karten die ich allerdings auch benötige für die fortbewegung auf dem brett da kann auch noch ein anderer spieler an dieselbe insel steuern und ebenfalls ein gesang anstimmen übertrifft er mich so glauben die bewohner dieser insel eben halt an diesen gott also hat er zum beispiel eine vier ich habe nur eine zwei so habe ich die vorherrschaft auf dieser insel verloren und die menschen glauben fortan eben an diesen anderen spieler so am ende des spiels werden dann alle würfel genommen von den unterlegenen spielern bei den inseln werden geworfen und diese würfel ergebnisse sind dann ebenfalls noch einmal siegpunkte ja und da habe ich dann den spiel erklären auch noch mal gefragt ob es da denn eine möglichkeit gibt das irgendwie zu beeinflussen nein das gibt es nicht das sind dann halt wirklich dann einfach die geworfenen punkte sind dann noch mal siegpunkte und insgesamt war meine von seven guards eben halt auch dass es extrem glücksabhängig ist einmal dass die gesänge einfach würfel würfel sind auf den inseln ja ich kann es manipulieren aber eben halt auch nicht jeden würfelwurf da kann ich dann einfach auch übertroffen werden von anderen spielern und die frage ist aber auch warum soll ich denn um die vorherrschaft von diesen inseln so hart kämpfen wenn ich am ende sowieso noch mal alle würfel würfel und dann gegebenenfalls die anderen spieler mit nur vier oder sowas übertreffe und ja das ist natürlich dann einfach auch so dieser eindruck der bei mir geblieben ist es ist sehr sehr glücksabhängig und letztendlich dieser würfelwurf am schluss wo man dann die würfel noch einmal würfelt können einfach das ganze ergebnis mal umwerfen also ein spieler der vielleicht sehr clever taktisch gespielt hat wird dann einfach von so einem zufallsmoment bei spielende noch mal übertroffen und verliert das spiel und das fände ich natürlich sehr frustrierend hier habe ich mir aber wie gesagt nur die regeln erklären lassen ich habe ein paar spielzüge zugeschaut bei dem spiel habe selbst noch nicht getestet aber mein bauchgefühl war dann nicht sonderlich gut bei seven guards so als nächstes sprechen wir über das halb spiel der messe archenova das war direkt am donnerstag nach 30 minuten bereits ausverkauft und die spieltische waren alle besetzt da gab es mehrere tische bei dem messestand die durften alle auch reserviert werden die waren direkt morgens früh alle schon belegt es gab nur einen tisch wo man die möglichkeit hatte zufällig dann noch einen platz zu bekommen ich habe mir die regeln erklären lassen komplett ich habe dann auch ich würde jetzt mal schätzen die hälfte eines spiels zugeschaut vielleicht auch nur ein drittel so ungefähr kommt das hin auf jeden fall habe ich einige spielzüge mir einen überblick verschaffen können aber archenova geht es darum dass wir einen zoo errichten und das machen wir mit verschiedensten mechanismen also einmal haben wir so ein teiling mechanismus wir haben praktisch eine karte unseres zoos müssen dort gehege platzieren dann tiere die wir uns holen haben verschiedenste ansprüche dass ein tier beispielsweise ein gehege haben muss was angrenzt an einen see das heißt die gehege müssen dann eben diese bedingungen erfüllen dann kann es sein dass ich dann auch noch verschiedenste gebäude errichten muss beispielsweise gibt es tiere die brauchen dann so tropenhäuser dann errichte ich ein tropenhaus wenn ich das tier darin platziert werden dann bestimmte plätze in diesem tropenhaus blockiert das kann also auch sein dass ich mehrere tiere in so einem tropenhaus unterbringen kann dann gibt es auch noch verschiedenste sichtbedingungen was die tiere angeht dass ich beispielsweise bonuspunkte bekommen wenn ich tier aus australien in meinem zoo habe und so weiter und so fort das spiel funktioniert mit aktionskarten die ich bei mir liegen habe ich fünf stück sind es an der zahl und spiele ich eine von diesen aktionskarten sowie diese ganz nach links in die reihe gelegt je weiter rechts eine karte liegt desto stärker ist diese aktion das heißt wenn ich mit einer aktion warte desto stärker wird diese was die optik des spiels angeht das fand ich nicht ganz schön einfach aus dem grund es wird damit so ich möchte schon fast sagen stock fotografien gearbeitet hätte ich schöner gefunden wenn das ganze mit illustrationen gearbeitet hätte optisch fand ich das ganze jetzt nicht so hübsch so insgesamt macht archenova für mich einen ganz guten eindruck es wirkte allerdings ein wenig zäh und langatmig das kann natürlich auch einfach an der lernpartie gelegen haben es machte jetzt aber nicht so den einfluss als hätte es ein wirklich wirklich schönen spielfluss wird da ein bisschen trocken auf mich nichtsdestotrotz macht es den eindruck eines guten spiels aber ich verstehe nicht den hype den um dieses spiel gemacht wird weil einfach auch kein spielmechanismus da drin steckt wo ich jetzt sagt wow das ist jetzt die innovation das ist das eben rechtfertigt dass es so das gehypte spiel der messe war es ist sehr interessant es macht einen spaßigen eindruck wie gesagt trotz dieser langatmigkeit auch ich werde es auf jeden fall testen ich möchte es auf jeden fall auf meinen tisch holen und es probespielen ich gehe davon aus es wird ein gutes spiel sein wie gesagt ich kann nur diesen halb nicht folgen archenova als nächstes spiel habe ich cascadia cascadia ist ein tiling spiel ein recht simples sogar mit einem naturthema das heißt wir müssen uns gelände plättchen draften und zusätzlich zu diesen gelände plättchen liegen tiere aus die wir ebenfalls draften wir haben dann verschiedene karten die und siegbedingungen vorgeben beispielsweise der lachs der gibt uns vor dass wir möglichst lange wasserreihe haben müssen so und der clou des spiels ist eigentlich dass man beim drafting dieses gelände plättchen zieht und ebenfalls auch dieses tier plättchen setzt das ist aber auch ein spielmechanismus den kämpfen ja auch schon aus anderen spielen overboss beispielsweise und das spiel ist kein schlechtes spiel jetzt vom eindruck her aber es bietet für mich nichts neues und auch vom teil legen her und von von den zielpunkt karten von den von den karten her fand ich jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll das macht wirklich so den eindruck von dem sehr seichten einsteiger spiel was man einfach auch so zwischendurch spielen kann aber für mich bietet es eigentlich kein kaufreiz cascadia so und dann habe ich detective society von detective society habe ich auch das demo spiel gespielt da hatten sie auf der messe ein demo fall der zehn minuten ungefähr gedauert hat und das ist ein ermittlerspiel das heißt man öffnet die box hat eigentlich keinerlei regeln und muss nur anhand des materials versuchen diesen fall zu lösen detective society zeichnet sich vor allem dadurch aus dass man halt auch multimedial arbeiten muss das heißt wir müssen mit dem handy arbeiten e mails schreiben whatsapps verschicken anrufe tätigen etc das hat auf der messe einen guten eindruck gemacht nach diesen zehn minuten fand ich sehr spaßig und ich habe mir dann auch in der tat einen der fälle gekauft aber und das ist jetzt schon ein spoiler es ist keine kauf empfehlung ich habe diesen fall dann nämlich schon gespielt war nicht sonderlich angetan da werde ich auch in folge dann noch ein bisschen was von erzählen wie gesagt der ersteindruck auf der messe war durchaus positiv der fall hat mir gefallen der gekaufte fall dann hingegen weniger dann habe ich mir dreadful circus angeschaut da habe ich mir auch nur die regeln erklären lassen das ist ein spiel ist es ist im prinzip ein verhandlungsspiel also jeder versucht einen eigenen zirkus aufzubauen hat handkarten man muss mit anderen spielern verhandeln um diese karten zu bekommen kann sich bestechen kann blöffen kann lügen wie auch immer und das ist ein spiel das ist denke ich ist extrem abhängig von der spielgruppe mit den richtigen spielern kann das glaube ich sehr sehr viel spaß machen bei manchen spielern die eben halt nicht so spaß haben an dieser interaktion an dieser verhandlung könnte das etwas trocken und stockend sein man muss glaube ich diese art von spiel mögen das ist auf jeden fall ein spiel was ich gerne ausprobieren möchte dreadful circus dann habe ich mir drop drive erklären lassen nachdem ich dungeon drop gespielt habe auf der messe mit dem spieleentwickler und drop drive ist ein spiel was im prinzip den spielmechanismus von dungeon drop noch ein wenig weiterentwickelt also wir haben ebenfalls steine die wir auf eine spielfläche verstreuen und wir müssen dann mit unserem raumschiff über diese fläche fliegen dazu haben wir dann auch so verschiedene mess stangen möchte ich sagen diesen biegsam kann dann über das brett fliegen und die geben uns auch vor diese messstangen von aus welcher höhe wir im prinzip steine fallen lassen müssen und drop drive habe ich mir dann direkt in folge auch angeschaut bei der derzeit laufenden kickstarter kampagne habe dann auch direkt zugeschlagen das heißt ich habe es nicht probespielen können ich habe mir die regeln erklären lassen auf der messe habe mir die kampagne angeschaut und vor allen dingen auch da mir dungeon drop gut gefallen hat habe ich drop drive direkt mit unterstützt dann habe ich mir auf der messe dune house secrets erklären lassen im prinzip ist das detectives von portal games in dem universum von dune gefällt mir persönlich schon sehr gut viel kann man da jetzt natürlich gar nicht verraten das sind drei szenarien die darin enthalten sind man versucht dann gemeinsam rätsel zu lösen bin ich auf jeden fall sehr neugierig drauf werde ich mir auch kaufen habe ich auf der messe nicht gekauft einfach weil man das in folge dann halt auch günstiger bekommt und auf der messe dann einfach zu teuer war dune house secrets ja und wie eben schon angekündigt habe ich auf der spiel auch dungeon drop gespielt und zwar mit scott mit selbst dem spieleentwickler dann job ist ein spiel was ich schon längere zeit unter beobachtung habe und jetzt hatte ich endlich die möglichkeit es mal probe zu spielen und hat mich wirklich überrascht das ist ein wirklich schönes kurzweiliges spiel man muss dazu sagen es hat jetzt keine hohe komplexität ist ein einfaches spiel für zwischendurch bei dungeon drop geht es darum dass wir würfel auf der spielfläche fallen lassen und das bildet dann einen dungeon das sind monster tränke schätze und eben halt auch so graue stein das sind säulen von diesen grauen stein wähle ich drei aus und macht bildet dann praktisch ein dreieck und alles was sich in diesem dreieck befindet ist dann ein raum den ich erobere mit allem was da drin ist mit einem edelstein truhen schlüsseln tränken monstern die monster fügen mir schaden zu wenn ich eine truhe einsammle brauche ich einen schlüssel um diese eben halt auch zu öffnen und die edelsteine geben uns siegpunkte mit tränken kann ich mich gegebenenfalls heilen ich habe magischen schutzschild und so weiter und so fort die charaktere haben alle individuelle fähigkeiten können auch gegebenenfalls diesen dungeon beeinflussen die klerikerin beispielsweise kann dann auch noch einen würfel im dungeon flicken und jeder held hat auch andere wertungsbedingungen was die edelsteine angeht das heißt für den einen helden sind beispielsweise die durchsichtigen steine am wertvollsten anderen die blauen und so weiter so dass nicht jeder spieler ist auf die gleichen räume im dungeon absieht einzige was man sagen muss bei dungeon drop gibt es noch ein zusatzpaket mit einer spielmatte und wänden das sei dringend empfohlen denn ansonsten können natürlich steine wenn man sie flippt oder wenn man sie fallen lässt auch vom spieltisch fallen was extrem nervig ist meines erachtens also dieses set mit der spielmatte und den wänden auf jeden fall dringend benötigt also wie gesagt für mich ein sehr schönes spiel für zwischendurch keine hohe komplexität aber macht unheimlich viel spaß dungeon drop dann habe ich mir auf der messe glory game of knights erklären lassen bei dem spiel geht es darum dass wir einen ritter verkörpern im mittelalter diesen versuchen auszubilden auszurüsten um dann eben halt in turnieren gegen andere ritter anzutreten fand ich sehr spannend das hat auch so ein euro game style allerdings eben für so ein euro game ist es dann relativ glücksabhängig weil man dann im kampf eben halt auch kampf würfel würfelt man versucht natürlich diese dann ebenfalls auch noch zu beeinflussen aber es ist sehr viel würfelei und sehr viel glück eben für so ein worker placement euro style game und das hat mich da ein bisschen abgeschreckt ist aber auch wie gesagt nur mein ersteindruck gewesen von glory dann habe ich auf der messe living forest gespielt bei living forest geht es darum dass wir auf verschiedenste weisen versuchen das spiel zu gewinnen wir können entweder versuchen wald brände zu löschen und sobald wir eine gewisse anzahl an flammen haben die wir gelöscht haben gewinnen wir das spiel wir können versuchen bäume zu pflanzen und wenn wir von jeder art baum ein baum gepflanzt haben gewinnen wir ebenfalls das spiel und es gibt noch eine dritte siegbedingung die ich jetzt aber gerade vergessen habe bei dem spiel haben wir auch einen deck baumechanismus also wir haben anfängliche karten haben dann noch karten ausliegen mit verschiedenen tieren und können uns diese tiere dann auch kaufen für unsere hand wenn wir eine karte kaufen so wird am ende der runde für jede leere für jeden leeren platz im markt ein brand ausgelöst und diese müssen wir eben halt auch wieder versuchen zu löschen wir haben dann noch ein rundell und können unsere karten ausspielen uns auf diesem rundell zu bewegen überholen wir dabei an mitspieler so können wir ein feuer marker von diesem anderen spieler klauen das heißt wir können eben auch wenn er bereits mehrere feuer gelöscht hat diese marker klauen um eben halt die anzahl zu bekommen um das spiel zu gewinnen wie gesagt wir haben auch noch tablet tableau können dann diese bäume pflanzen mit diesen bäumen bekommen wir dauerhafte verbesserungen dass wir dann zum beispiel ressourcen für in jeder runde generieren und so weiter und so fort wir können auch bäume gleicher art pflanzen aber um halt diese siegbedingungen zu triggern müssen wir möglichst von jedem baum einen pflanzen insgesamt war es kein schlechtes spiel es hat es nur einfach auch nicht so überzeugt ich kann auch nicht mal so genau sagen warum aber es war einfach so nichts bei dem spiel was für mich jetzt irgendwie gezündet hat es ist kein schlechtes spiel hat mich aber nicht genügend überzeugt dass ich es mir selbst zulegen würde living forest und dann hat mich matthias von kobo schöne grüße an dieser stelle zu einer partie aus swan überredet und da hatten wir dann einen pressetermin auch mit dem jamie mit dem entwickler des spiels haben unser spiel erklären lassen und dann eben halt auch so eine demo-runde gespielt er soll ich sagen das spiel habe ich total geflasht also ich bin so begeistert im nächsten jahr startet eine weitere kickstarter kampagne von oswan da wird es dann ein reprint geben und ebenfalls auch eine erweiterung und keine frage da mache ich definitiv mit bei oswan geht es darum dass wir ein boss battle spiel haben also es geht in jeder partie auf dem brett um den kampf mit einem monster das aber nicht nur der schwerpunkt des spiels da komme ich gleich noch darauf zu sprechen und jeder spieler hat dann halt einen fantasy charakter und man tritt gegen einen großen boss an der spielmechanismus ist dahingehend sehr sehr interessant dass alle karten die spiel erst einmal erschöpft werden die werden in bestimmte bereiche um meinen charakterbrett herum platziert und eine karte von dem bereich wo ich es hin platziere gehen weiter richtung null also es gibt werte von null bis drei drei dauert dann eben halt an längsten und immer wenn ich eine karte im bereich spiel gehen die weiter richtung null alle karten die null liegen wenn ich dort eine karte rein spiele kommen wieder auf meine hand das heißt ich mische dann nicht einfach wenn mein deck aufgebraucht ist alle karten holen sie mir wieder ich muss selbst beeinflussen welche karten ich denn zurückhole fand ich sehr interessant sehr interessant ebenfalls ist der mechanismus der verletzung weil die rüstung praktisch nicht nur abgezogen wird von meinem schadenswert er dividiert im prinzip und ich muss versuchen dann halt diesen wert zu multiplizieren um hier halt mehrfach schaden zu machen story technisch fand ich das spiel sehr sehr spannend also im prinzip geht es darum die welt ist schon den bach runter gegangen das böse hat sozusagen gewonnen und es gibt dann halt die aus von das sind praktisch einem mit einem schwur gebundene krieger die eigentlich nur dazu da sind zu versuchen diese großen monster zu bekämpfen und diese kämpfe die ich jetzt gerade geschildert habe das sind eigentlich nur so 60 sekunden kampf und die entscheiden dann wirklich ob der held überlebt oder halt stirbt also die lebenserwartung von diesen ausfohlen sind sehr gering und das spiel ist halt in der tat wohl auch ein sehr erzählerisches spiel es hat sehr sehr großen textanteil und diese kampfgeschichte ich jetzt gerade erzählt habe ist nur ein aspekt des spiels ansonsten erlebt man halt die story muss entscheidungen treffen und so weiter und die ganze welt finde ich interessant und der spielmechanismus hat mich wie gesagt auch sehr sehr überzeugt deswegen bin ich bei der kickstarter kampagne von osworn definitiv mit dabei das nächste spiel ist schämens und das habe ich mir auch gekauft auf der messe habe aber noch nicht die gelegenheit gehabt ist zu spielen ich habe mir nur die regeln erklären lassen und habe einer partie gefolgt das ist ein stichkarten spiel und bei diesem stichkarten spiel haben wir es gleichzeitig zu tun mit einem social deduction spiel das heißt manche spieler übernehmen die gute die andere die dunkle rolle und man muss bei diesem stichkarten spiel nicht bedienen bedient man aber nicht so unterstützt man die dunkle seite so und je nachdem ob ich jetzt eben halt ein stich bediene oder nicht machen die anderen spiele natürlich den rückschluss na gehört er denn jetzt zur dunklen seite oder nicht es kann ja auch einfach sein dass ich eine karte nicht habe aus irgendeinem anderen grund nicht bedienen möchte und diese mischung aus stichkarten spiel und social deduction fand ich unheimlich interessant deswegen habe ich mir mitgenommen bin schon sehr gespannt auf die partie schämens dann habe ich mir siege of runadar angeschaut und erklären lassen dass das neue spiel von reiner knizia sind kooperatives spiel mit einem deckbau mechanismus und ja ich muss ja sagen ich spiele ohnehin nicht ganz so gerne kooperative spiele große ausnahmen sind hier dungeon crawler die mag ich durchaus ansonsten was mich halt bei kooperativen spielen oft stört das ist dieser hohe grad an diskussionen und debatten und den eindruck hatte ich dass das bei siege of runadar sehr stark gibt also ich habe mir das eben halt auch angeschaut spielpartien von anderen spielern und da wurde sehr viel diskutiert bis dann letztendlich ein spielzug letztendlich mal gespielt wurde das könnte man natürlich sagen ja es lag vielleicht auch in der spielgruppe ich habe es aber an drei verschiedenen tischen angeguckt und den eindruck hatte ich da überall also für mich war das einfach ein bisschen zu viel diskussion vielleicht ist das aber auch einfach nur weil es die erste spielrunde war oder eben halt lag es vielleicht auch ein bisschen an spielern ist alles durchaus möglich ich hatte ansonsten aber auch den eindruck dass der spielmechanismus jetzt auch nicht allzu anspruchsvoll ist also die spielzüge an sich fand ich jetzt auch nicht so interessant aber wie gesagt das ist maximalen ersteindruck den ich jetzt hier gerade habe und das werde ich mir auch auf jeden fall auch noch mal in ruhe anschauen siege of runadar dann habe ich auf der spiel tokaido gespielt tokaido ist ein japanisches reisespiel auf einer seestraße und spielmechanisch geht es darum dass man praktisch eine leiste entlang geht mit verschiedensten aktionen man kann entweder die direkt nächste aktion nehmen oder halt auch aktionen überspringen wenn man eine bestimmte aktion haben möchte ist aber erst wieder an der reihe wenn der letzte in der zugreihen folge ist bei den verschiedenen aktionen gibt es dann verschiedene möglichkeiten punkte zu bekommen einmal kann ich sets zusammenstellen oder aber ich nehme mir einfach karten die mir direkt sie punkte geben dann habe ich noch so ein puzzle spielen kleines ich muss eine landschaft zusammen puzzeln das mache ich einfach indem ich die aktion mehrfach ausführer dann bekomme ich jedes mal ein neues landschafts kärtchen dazu habe ich dann diese landschaft abgeschlossen gibt es dann noch mal bonus punkte ich kann auch in den tempel gehen und hier münzen spenden bin ich derjenige der die meisten münzen gespendet habe ich eben halt die meisten siegpunkte und für jede münze die ich reingespielt hat bekomme ich ebenfalls punkte und am ende des weges wird dann einfach geguckt wer über die verschiedenen aktionen dann die meisten siegpunkte erzielt hat ist ein sehr ruhiges sehr einfaches spiel hat sich auch so seicht dahin gespielt war nett aber das war es dann auch also es war jetzt auch nichts was mich jetzt irgendwie vom hocker gehauen hat oder was irgendwie so einen bleibenden eindruck hinterlassen hat deswegen ein spiel was man einmal spielt im prinzip dann auch wieder vergessen kann tokaido dann konnte ich auf der messe welcome to the moon spielen das ist ein nachfolger von welcome to und auch hier haben wir es mit einem flip and write zu tun wir haben praktisch eine rakete und müssen dann verschiedene zahlen die aufgeflippt werden auf unsere rakete einzeichnen und die müssen in aufsteigender reihenfolge eingezeichnet werden damit wir hier eben halt entsprechend die segmente füllen immer wenn wir ein segment füllen bekommen wir verschiedenste aktion können raketen abstreichen diese raketen bilden praktisch den fortschritt des staats unserer rakete und wenn wir eine gewisse anzahl an raketen abgekreuzt haben hebt unsere rakete ab wir gewinnen es ist also praktisch hier ein rennen man kann dann auch noch andere spieler stören indem man dann noch so fehler produziert dadurch müssen dann mehr raketen abgekreuzt werden und ja man hat auch noch die möglichkeit andere aktion auszuführen das ist allerdings jetzt nur das erste szenario denn bei welcome to the moon haben wir es mit einem kampagnen spiel zu tun man spielt mehrere szenarien in folge jedes szenario lässt sich aber auch als one shot spielen also man muss das praktisch nicht in folge spielen fand ich sehr interessant weil es eben halt hier den widerspielwert natürlich erhöht das erste szenario an sich fand ich schon spannend und interessant und da wäre ich sehr neugierig was denn die anderen szenarien noch bieten werde ich mir definitiv kaufen habe ich mir nur auf der messe nicht zugelegt einfach weil es das auch in folge günstiger geben wird welcome to the moon dann habe ich mir auf der messe wonder book angeschaut und auch erklären lassen das ist ein pop up buch man öffnet dieses buch es öffnet sich dann halt ein gelände auf dem man dann spielt ja ich habe eigentlich gedacht bei wonder book hätte man dann auch für jedes szenario ein anderes gelände das ist allerdings nicht der fall sondern für bei jedem szenario öffnet man nur einen weiteren teil dieser einen karte das heißt das wonder book besteht nur aus einer karte diesem baum man poppt dann nur noch so ein paar sachen hinzu und das fand ich ein bisschen schade vor allem auch bei der preiskategorie des spiels das ist ja so um die 70 euro bin ich eher davon ausgegangen dass man hier praktisch mehrere seiten in diesem buch hat und auch verschiedene gelände die man durchspielt spielmechanisch fand ich das jetzt auch nicht sonderlich anspruchsvoll das ist ja halt auch wirklich ein einfacher familienfreundlicher dungeon crawler aber es bietet hier halt einfach nichts interessantes man bewegt sich man haut drauf und so weiter und so fort das heißt sowohl vom buch her als auch vom spielmechan von der spielmechanik her gab es leider nichts was mich da dann jetzt wirklich überzeugt hat deswegen für mich eher eine enttäuschung wonder book so und als letztes habe ich die würfelwelten das ist ein spiel was so meta spiel wenn man so möchte das sind praktisch die spiele von jamie stagmeyer in kleinen mini spielen in einem roll and ride spiel das heißt wir haben jetzt hier verschiedene welten neun stück an der zahl und in jedem spiel spielen wir drei von diesen mini spielen und müssen dann hier eben halb punkte erzielen ich habe mir das spiel auf der messe angeschaut habe es mir erklären lassen konnte es nicht probespiel beziehungsweise habe es dann auch nicht oft genug versucht an spiel zu kommen habe es aber mitgenommen dass auch noch ein promopack gab auf das spiel deswegen jetzt in meiner sammlung die würfelwelten ich hoffe dir diese ersteindrücke jetzt hier gefallen natürlich habe ich noch mehr angeschaut noch mehr eindrücke verschafft auf der spielemesse das sind jetzt aber so die 17 titel wo ich sage das sind jetzt die ersteindrücke die jetzt gefestigt genug sind dass ich da jetzt schon meine meinung zu kunden tun kann wie gesagt es ist trotzdem mit vorsicht zu genießen vielleicht revidiere ich meine meinung zum einen anderen spiel noch manche davon werde ich wie gesagt auch noch ausgiebiger testen und gerne auch noch rezensionen erstellen wenn du magst schreib doch gerne in die kommentare dieses videos welche von diesen titeln dich jetzt hier interessiert haben wie vielleicht auch deine eindrücke davon auf das spiel waren und was du dir wünschen würdest was wir uns näher anschauen dann danke ich dir fürs zusehen sag bis zum nächsten mal stay geeky ciao